hallo liebe youtube-gemeinde ich bin der arzakir und ich heiße ich recht jetzt komme zurück zu seven days to die auf der ps4 so die hordennacht steht bevor und wir werden ein bisschen uns vorbereiten müssen sprich munitionskraften und den ganzen käse das ist verdammt wichtig jetzt da weil ich weiß nicht die hordennacht 112 war doch die hordennacht dann jetzt gell sicher und 112 das klingt so als könnte echt echt eine fiese nacht werden keine ahnung was dann kommt vielleicht kommen diese super zombie typen da wieder her und ja dreht mir den arsch oder so das kann echt nichts brauche ich echt viel munition mit viel schotty munition jagdgewehr und mag nun will ich machen die 44 gemacht haben weil er habe ich extra ich zeige es euch gleich ich habe jetzt extra ziemlich viele waffen gekraftet weil ich bisher ein platz schaffen haben müssen da drinnen und so sehr enorm viele waffenteile die ich habe jetzt habe ich da verdammt viele waffen wo sind die hier hier drin da guckst ihr an meine super sammlung muss ich nur schauen was ist die beste magnum 3 38 oder scheint so 38 38 ist die beste super nehmen auch gleich mit so perfekt warte kurz wir machen das nämlich die ex die brauche ich gar nicht dann so finde ich vollkommen in ordnung eine schotty jagdgewehr und die 44 magnum ganz einfach geile sicher die klingt doch sicher böse hoffentlich weiß nicht noch nie glaube ich mit der geschossen könnte als erstes könnte nur dreck sein und da nicht super so ja was brauche ich was brauche ich das wollte ja vogel ich muss mich vorbereiten so flinten moni maximum 138 finde ich herrlich hier brauche ich die hülsen super 44 magnum hülsen und ding sind schon fertig bestimmt ja ok drehen ab sonst kommt die kreische frau und die kann ich echt nicht brauchen so 44 magnum maximum 144 finde ich herrlich so und was brauche ich noch ich brauche noch die hier hülsen wirklich auch noch ordentlich was zusammen denke ich papa papa das wenn ich so auf die tasten und ich denke ich die jetzt drei habe dann kein problem ja dann kann ich ballern ohne ende so zack ich krieg hunger macht nichts messing ich brauchte wieder mehr messing so das passt vollkommen und noch ein bisschen mehr schrot das passt super sexy du bist fertig nein noch nicht so den rest brauche ich dann für müßtest du schon fertig sein geht ja relativ flott mit dem ding siehst du so von dir will ich einiges haben zack 115 perfekt dauert noch ein bisschen die vorbereitungen sie sind immer kacke 150 450 partnerships das dauert noch so lange die könnte ich auch machen Aber wir machen die 63 Schießpulver. Okay, okay. Ja, ist so geil. Mit meiner Magnum. Ähm. Dich wollte ich ausmachen, gell? Sonst kommt die Chrysherin. So, ein bisschen Eisen habe ich jetzt auch wieder. Also wenn jetzt meine Munition fertig ist, gehen wir hoch und verstärken wieder ein bisschen die Wand. Brauche ich das Holz und Eisen mit. Bist du fertig? Eine Minute noch. Na, hab ich die Zeit nicht. Herr, es kommt schon. Diese Minute dauert Ewigkeiten. Da ist das Leben. So, warte. Zack, zack, zack. Die 900 Dinger lasse ich da, weil Notfallding. Da nehme ich auch noch die mit. Die 522 Dinger lasse ich da, weil Notfallding, ne? Ist klar. Man braucht immer Reserve. Das ist ganz wichtig, ey. Das müsst ihr euch merken bei dem Spiel. Man braucht immer etwas auf Reserve. So. Find ich herrlich. Bist du fertig? 28 Sekunden noch. Das kann es ja nicht sein. Ah, ich muss was trinken. Ich habe Durst. Ich habe einen Durst. Lecker, lecker. Ja, gut. Meine Gesundheit steigt. So, das ist jetzt fertig. Okay, dann machen wir die letzte Muni noch. Ja, finde ich herrlich so. Pam. Letzte Muni war für die Flinte. 43, super. Paper und den ganzen Schrott kann ich jetzt weglegen. Jetzt habe ich genug Munition. Zack, zack, zack. Weg, weg, weg. Schießpulver weg. Hülsen weg. Gut. Finde ich geil. Finde ich herrlich. So, jetzt da. Machen wir uns auf die Socken zu diesem braunen Brocken. Den nenne ich Wand. Und basteln ein bisschen an der Wand herum und reparieren, reparieren. Was das Zeug hält. Mit so viel Eisen. Oh ne, warte mal. Ups. Wieder zumachen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe etwas vergessen. Ganz wichtig. Gott, ich habe diese Betonmischung vergessen. Ich hält. Verstehe ich? Ich habe einen Plan, aber trotzdem. Da brauche ich keine Reserve, okay? Weil, darum. So. Ach Gott, ach Gott. Die Nacht kann beginnen. Na, 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 na. Ah, hier geht's raus. Ich hoffe, draußen sind keine Zombies und haben an die Wand herumkloppt. Das wäre nämlich kacke. Das permanent reparieren. Geht man nämlich wohin? Wisst ihr? Geh auf. Und ins Betrü. Zombie. Hier nichts. Ich weiß nicht, ob die schon permanent kaputt ist. Also, keine Ahnung, ob die da draufklatscht haben oder nicht. Komm. Mach die Wand heiler. Das wird so geil. So unglaublich geil. Wenn ich das komplett habe. Puh. So. So. So höher mache ich das jetzt nicht, weil das finde ich ein bisschen unnötig zu hoch. Nein! Ich weiß es. Ich soll nicht drücken, aber ich drücke trotzdem noch einmal so. Weiß ich nicht. Das ist der nervöse Drucker. Wurscht. Ich habe sowieso vor, aber das würde ich halt für mich machen. So, die ganze Wand so stabil machen wie diesen Block hier jetzt da. Ich darf die Zeit nicht aus den Augen verlieren, gell? Heute Nacht ist Bosen... Ah, heute Nacht, Baby. Heute Nacht ist deine Nacht. So. Perfekt. Das ist so... Ich weiß nicht. Ich bin so stolz auf die Mauer. Eigentlich ist das ja nur eine Mauer. Aber ich weiß nicht, warum ich so stolz bin drauf. Weil ich ganz alleine das geschaffen habe. Okay? Hat nur 112 Tage gedauert. Aber. Guck an. Schaut ein bisschen komisch aus. Aber wenn die ganze Wand so... Dann wäre schon geil, ha? Ich hätte gleich aus dem Ding machen müssen. Aus Beton. Und nicht mit Holzrahmen und dann Holz verbessern und so. Das kostet und dauert. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Das tut mir leid, aber... Ja, ist so. Das ist so geil. So eine geile Scheiße. Oh, nee. Nicht schon wieder. Fuck, ich bin so ein Honk. Zombie. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Also so schnell kommt da kein Zombie durch. Ich glaube, die Hornnacht könnte ich auch da oben verbringen. Ganz easy. Will ich aber nicht. Ich habe ja doch nicht umsonst diese Falle hier gebaut, ne? Unten. Das ist schon mal klar, oder? Zum Glück hat er das nicht angenommen. Das ist so geil, ich finde das geil, ich finde das einfach geil. Ich finde das geil, definitiv geil. Das ist so geil, einfach nur noch geil. Das ist so geil, das ist so geil. Dann gleich geht's wieder rund. Ein bisschen geiler. Baby, nimm in in. Da, 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 da. Was ist denn? Oh, komm schon. Fuck. Das kostet nämlich zu viel Betonmischung. Darum möchte ich das. Oh, ich habe die Wand gleich fertig. Schaut das kacke aus mit ein paar Blöcken, die besser sind als andere. Oh, fuck, da ist ein Loch. Ah, ja, das kenne ich noch. Heute Nacht ist deine Nacht, Baby. Oh, komm, ich bin so ein Idiot. Echt jetzt, ich schneide mir den Finger hoch. Und schon wieder. Ja, komm schon, bitte. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Es ist ja ganz easy, dass ich da nicht drücken soll, aber ich tue es trotzdem. Dann habe ich mir auch noch überlegt, da oben, wisst ihr, so wieder so ein Gitter rundherum. Dann etwas weiter weg von der Wand, einen Graben rundherum. Dann nur die Seite ist blöd wegen dem Loch. Und da haben die schon wieder gekloppt, oder? Ne. Die Seite ist blöd wegen dem Loch. Und die andere Seite dahinter ist blöd wegen dem Wasser. Wisst ihr, da muss ich immer noch, weiß nicht. Okay, das Loch. Ich weiß nicht, wie ich das mache, okay. Vielleicht keinen kompletten Graben rundherum, sondern nur, weiß nicht. Ah, wenn dann schon komplett. Wow. Jetzt hat es mich gerissen. Draußen an der Tür hat es geläutet. Oh, ich muss mich da nicht. Eigentlich müsste ich jetzt zur Tür gehen, aber YouTube ist wichtiger als Besuch. So, gleich haben wir es. Ich sage euch was, die Wand mache ich noch fertig. Dann, leider Gottes, muss ich den Part beenden. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich kriege die Wand noch fertig. Aber ich muss den Part dann beenden, denn eben wie gesagt, es hat gerade eben bei mir geläutet. Ich weiß nicht, vielleicht konnte man es in der Aufnahme hören. Vielleicht aber auch nicht. Und es wird nichts Großartiges passieren. Bestimmt nicht mehr. Und Ja. Ah, komm. So, da, da. Und so, da, da. Perfekt. Ich habe die Wand noch fertig gekriegt. Hammer, oder? Wie viel haben wir noch? 500 irgendwas. Ah. 5,79. 2,320. 6,60. Na. Ich habe noch ein paar andere. Ich weiß. Könnte ich noch weiterbauen. Aber machen wir jetzt nicht mehr, gell? Das ist kurze Folge. Tut mir leid. Aber wir müssen uns vorbereiten auf die Nacht. Auf die ganz besondere Nacht, worauf sich jeder freut. Da könnte ich noch ein bisschen Zack, zack, zack. Komm. Die letzten Dinger noch schnell verschwenden. Vielleicht kriege ich die Wand. Nein, das geht sich gar nicht aus, oder? Komm schon. Vielleicht kriege ich die Wand hier noch fertig. Ah, das da unten muss ich auch noch. Das auch noch. Hey, 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 hey. Komm schon. Wenigstens habe ich da schon überall Eisen dran klatscht. Schneller, schneller. Komm schon. Los, los. Komm. Tu mir das nicht an. Die Wand, die muss stabil sein. Da darf keiner rein. Verdammte Scheiße. Kann ich nicht schön singen? Komm, schreibt es in die Kommentare, wie gut ich singen kann. Ich rede gerade ein bisschen Blödsinn, weil jetzt möchte ich mich eigentlich beeilen mit dem Part, weil eben Ja. Ich weiß nicht, wer kommt. Irgendwer kommt zu mir. Vielleicht mein Freund. Ha, fertig. Super. Das war's, Leute. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, oder? Ja, sexy. So, ich verstecke mich jetzt da unten und beende den Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. War leider nicht viel, aber das muss auch mal sein, okay? Ich hoffe, ihr hattet es trotzdem Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Denn da ist Hohannacht, Baby. Gut. Macht's das. Macht's das gut, ja genau. Tschüss.